hallo wir wissen immer noch nicht mehr dran wir haben ja gesagt reise nach jerusalem los geht's wie setze ich mich denn hin was muss ich drücken vielleicht ist das dann erst okay wir laufen alleine ich glaube das wird spontan entschieden welche taste ich merke wird dass ich bin da nicht so schnell machst mich jetzt alle den spiel ist eigentlich der auch die melodie können wir anders machen Ja! Das war natürlich absichtlich, ich wollte dich gewinnen lassen. Kommt hier nur das Geräusch an, oder was? So, jetzt sind wir wieder hier. Okay, ich würde sagen, lass uns mal das Orchester suchen, oder? Ja, gehen wir das Orchester suchen. Wow. Das ist ja wie auf dem Olymp. Oh, wie schön. Das ist so schön. Wow! Ja, ja. Schau dir diese Sachen. Oh, mehr Instrumente. Alles gut. Los probieren sie uns. All diese Sachen bringt wieder gute Erinnerungen. Ich hoffe. Hey, das ist dein altes Piano? Ja. Wie cool. Was die hier alles haben, ne? Das Zeug. Pass auf. Ich glaube, hier hinten geht's dann weiter. Nee, warte. Hör mir mal zu, was ich hier versuche. Ach, vergiss es uns, glaube ich. Richtig. Du hast es erkannt. Oh mein Gott. Cool. Oh. Müssen wir hier runter? Bestimmt, oder? Ja, hier ist eine Trommel, die hält uns. Oh, warte, ich muss hier... Ich glaube, du musst dein Haar machen, wenn ich auf dem Loch stehe. Oh, warte. Oh. 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 So. Achso, wir sind gar nicht mehr im... Okay, wir sind nicht mehr im Wagen. Okay, das ist gerade ein bisschen gruselig, hier 10.000 Verstunde. Oh, du musst harren. Oh, du musst links noch mal. Oh Gott. Jetzt geht's fest, ja. Ja. Tschüss. Wir wollten ja demonstrieren, wie man hier überall sterben kann. Das haben wir lange nicht gemacht. Ich wollte es nur mal aufzeigen. Okay. Gibt es jemand? Äh, einfach mal eine Wagen. Äh? Holy moly. Fluffy clouds, rays of light, organs. I guess we must be in heaven. There is even an orchestra pit. Yeah, but where's the orchestra? Hey. Hello? Anybody there? Da, 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 da. Ich bin doch okay. Mezzelst. Sie müssen nach Hause gehen für den Tag. Wir können einfach alles verhören. Nein, nein, nein! Sie müssen die Orchester zum Konzern bringen. Aber sie wurden getötetet. Schau! Over da! Schau, schau, schau! Getötetet durch die Devils! Die Devils? In Heaven? Oh, ja. Das macht total Sinn. Genau! Genau! Aber jetzt müssen Sie gehen und save die Orchester! Gehen? Wie? Wir können auf den Wolken gehen! Haha! Ja! Cool! Jetpacks. Cool! Jetzt kannst du! Go, go, go! Oh, müssen wir die Töne einsetzen? Hey Cody! Sie sehen diese flotten Noten? Ja! Let's find out, was sie sind! Oh! Ich fliege! Wie ein Angel in Heaven! Hä? Ja! Ja! Okay, wir müssen die Noten einsammeln! Okay! Oh! The musical notes are connected to the doors! Krass! Die Schweine! Hast du die Schweine gesehen? Ja! Ich hab die Schweine gesehen! Das ist, äh... Eine hier ist voll! Ich bin schon beim anderen! Mhm, glaub ich! Guck mal, dort unten ist ein Volleyballfeld oder so! Ja, das ist jetzt auch voll! Eins fällt, oder? Zwei Tore waren's, oder? Ja! Stimmt! Guck mal hier unten! Guck mal hier unten! Was? Warte mal, was ist das hier? Falsche Seite! Das war doch wieder ne Stahlix! Hä? So! Oh! Wow! Das ist halt gar nicht mal so... Hä? Das ist halt echt nicht leicht! Hä? X ist Schmettern, aber wenn ich X mache... Ich war so... Tiefenwahrnehmung, da haben wir's wieder! Ja, klar! Hä? Wenn ich X drücke... Ja, dann springe ich auch bloß zur Seite! Ich weiß auch nicht, wie das geht! Hä? Das ist Schiebung! Das ist komisch, das Volleyball! Weil muss halt quasi auf dir drauf sein, wenn du X drückst, das ist... Da kommt noch ein Zweiter! Ja! Ja, das war's! Das ist doof! Ja, weil du halt automatisch zur Seite springst! Okay! Äh, ich würd sagen, erst hier links... Warte mal, ich will mir das hier nochmal kurz angucken! Was ist das hier? Uh! Who is that? Oh, das ist gar ne Errungenschaft! Oh, das ist ja... Äh... 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 Mich ans Kaleidoskop! Ja... So... Wo hin jetzt? Ja gut, dann bleiben wir jetzt auf der Seite, oder? Wenn wir einmal hier sind! Also dahin! Ja... Das ist ja... Oh! 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 Oh, oh! 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 Okay, wir müssen die beiden Viecher auf jeden Fall. Ah, die müssen weinen, damit die uns sagen, wie die Viecher sind, oder? Du musst unten gucken. Da, wo es aufgedeckt wird. Ich bin mit Schießen beschäftigt, ich weiß nicht. Ich kann die Wolken auch einschießen, also... Kannst du drunter? Nee, du kannst das. Boden. Hä? Was ist denn hier so? Die ist wie so ein... Kannst du die... Ah, du kannst die Wolken bewegen, indem du sie ansingst, oder? Guck mal, hier unter mir ist nämlich sowas wie so ein Teller. Man decken die mehr auf. Wenn du sie bewegen. Ah, warte mal, hier ist was, guck mal. Ja, hier ist ein Teller, habe ich ja irgendwie schon... Achso, habe ich nicht mitbekommen. Welche? Der eine ist, ne? Den einen habe ich abgeschossen. Ja, dann... Warte, der ist bestimmt noch auf der anderen Seite so liegen sie. Ja. 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 Ich muss sein. Ja. Hier ist ein Schlüssel. Aber was... Ich kann den nicht nehmen, oder was? Guck mal. Ach, ich hab den jetzt bei mir. Ach so, dann musst du den ins Schloss bringen, glaube ich. Wo ist denn der andere Schlüssel dann? Wir haben doch die da drüben auch schon alle gemacht. Hä, wo muss ich hin? Ach ja. So, kannst du die nochmal zum Heulen bringen, dass wir hier nochmal gucken, wo der Schlüssel ist, der andere? Das muss ja irgendwo sein. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich weiß nicht, dass der hier irgendwo ist. Der muss ja irgendwo sein. Hä, ich bin hier, cut. Kannst du den auch mal über den Teller hier schubsen? Ich weiß, dass ich den einen hier hinten irgendwo... Der ist hier hinten abgestürzt. Ich sollte mir die Wolken vielleicht nochmal nach hinten schieben und dann da hinten nochmal aufdecken. Ist aber halt auch blöd, dass der dir nicht angezeigt wird, der Schlüssel ist. Ich habe gerade was gesehen oder? Nee. Tja. Nein. Das ist jetzt verwagt. Ich glaube, die Anschlüssel muss doch irgendwo sein. Ich mache einfach alles weg, was hier an Wolken ist. Ich habe halt noch dazu wieder dieses extreme Flackern am Boden. Oh nein. Ich weiß nicht, ob hier der Schlüssel sein soll. Die zwei Vieche sind beide hier am Rand abgestürzt irgendwo. Frag mich aber nicht jetzt... Äh, Susi. Ah, guck mal. Da. Schau mal. Wow. Ja gut. Die nachfolgenden Sendungen verzögern sich auf unbestimmte Zeit. Achso. Das ist aber ein bisschen spooky. Das ist ein bisschen sehr spooky. Ich sag ja, ich brauche danach eine Therapie. Okay, die eine Hälfte ist gerettet. Was ist das da? Und was sind eure ähnliche Sachen? Oh, das ist so cute. Oh, das ist so cute. Ich will das nicht plusen. Das ist so cute. Was ist das da hinten? Diese Uhr? Oh, das ist so fancy. Komm her, gib mir etwas Gutes. Wetter? Ne, was ist das? Naja, das ist Wetter. What? Muss man das gleiche machen? Ah, ja, Entschuldigung. Äh, Devils? Ja. Wir müssen das Orchester kaufen, die da drin war. Wir werden sie nie rauslassen. Was ist eigentlich Mimuschen aus Fledermaus und Thuyen? Yo, Devils! Galatans! Die sind einfach... Ich hab' einen! Ich hab' ihn nicht mehr! Oh, der da hat den, oder? Der so'n Schweif hat. Ich hab' ihn! Au, ich hab' ihn nicht mehr. Oh, das ist ja wie dieses komische Schwanzspiel bei Fall Guys. Ich hab' einen! Ja, pass auf. Der ist drin. Wir brauchen nur noch deinen. Ja, den hab' ich, aber... Wo bist du? Und? Ich hab' ihn! Mann! Oh, ich hab' ihn! 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 Oh, das ging schnell! Oh, das andere wär' vielleicht auch schneller gegangen. Ja, wenn man den Schlüssel nicht unten am Fußboden besucht hätten. Wer weiß, wie oft man den schon gesehen hat, wirst du? Ah, der muss hier unten irgendwo sein. Und alle vorm Fernseher. Ja, da, da, da! Ist da hinten noch irgendwas? Oh, ich hab' ihn! Das ist ziemlich beeindruckend, nicht wahr? Ich hab' ihn nie mit einer Gruppe so großartig als das vorher. Keine Angst, es wird gut. Nein, 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 nein! Es wird nicht gut sein. Es wird... Fantastico! Ja! Ja! Oh! Oh! Lovely! Good job! We're almost ready. The only thing missing is the audience. Oh, no, 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 no. Not an audience. Yeah! Yeah! Do you want the last little piece or not? Hey, that's blackmail. No! It's therapy. Now go and get an audience. You got it, book. Yeah! So are you two a team now? Yes, we are as matter of fact. Now let's get that audience. Oh, I remember this one. It was a hit. The VIP club. Hey! Hey buddy, over here. What's up? Can you let us in? Sorry kids, no minors. Kids? No, 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 no. We're just, uh, we're just small in size. That's all. Yeah, right. Get out of here kiddos. Excuse me, we are adults. You have some ID? Oh, uh, no. We left it at home. That's what they all say. Yo, yo! Clostick! They're with me. Dr. Akeem, my bro. They're with you? Yeah, yeah, yeah! They're my clients! Come on! Sorry about that. Welcome to the club. Enjoy the evening. VIP's coming through. Not so cocky anymore, are you? Huh? 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 Let's dance! Oh, wow. Das ist ja wie beim Kaleidoskop. Nur schöner. Bunter. Oh, Rutschpatti. This is surreal. Ich gehe rechts rund. But, but. Hey, you know? This place reminds me of something else. Oh, yeah. It does. I... Oh, oh. Das war gruselig. Ah, noch schneller. Dr. Akeem hat mich wieder abgesetzt. Das sah voll creepy aus. Oh, man. Ich hab das Angst. Oh, man. Woh. Woh. Woah! Woh! Woh! So komme ich hier nicht. Woh! Woh! Okay, die bräuchte ich. Das ist cool. Das ist cool. Geht das? Müssen wir das so machen, oder? Ja, ich glaube, wir müssen uns teilweise an der Rückwand festhalten. Oi! Oh, wir müssen einfach warten, bis es dran ist. Ja, warte. Das ist so eine Gewohnheit, dass man schnell springt. Ich schaff's. Bin auch irgendwann da. Jaaaa. Ah! Oh, ich brauch dich zuerst dort hinten. Ich kann mich dort sonst nicht aufhalten. Aha, von wegen mit Vorrennen und so. Haha. Du musst dort hinten direkt aufmachen dann. Scheiße. Ich komm nicht rein. Okay. Hä? Hä? Okay. Musst du die Disco-Kugel drehen? Ja nicht. Oh, warte. Oh, warte. Ja. Ich schraub ihn den Club. Wuh, 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 wuh. Wuh, wuh. Wuh, wuh, wuh. Cooler ist auch noch Kapkode, ey. Wuh, wuh. Das ist so cool. Oh. A Laugh. Aua, was, 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 was? Jetzt habe ich auf dich geguckt. Ja, das krisiert mir auch manchmal. Oh, meine. Langsam ist aber gut hier. Ja, mir wird auch ein bisschen schwierig das gerade. Oh, danke. Uh. Okay. Guck auf die Zeit. Oh. Es ist mega cool. Das machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Oh, da oben. Boah, das wird cool. Gut. YouTube, wir bedanken uns. Ja. Bis zur nächsten Folge. Wir kommen erstmal runter. Wir erholen uns von diesem epileptischen Schock. Oh, wirklich. Ich glaube, wir müssen Epilepsie-Warnung in die Folge schreiben. Aber wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen, YouTube. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.